Wir könnten unseren Film mit klassischen Luftaufnahmen beginnen. Wir könnten Ihnen historische Bilder zeigen und erwähnen, dass die erste Ölfabrik Deutschlands vor über 180 Jahren von Karl Becham gegründet wurde. Oder wir würden von unseren hochqualitativen Produkten erzählen. Ob Schmierfette und Öle, Gleitlacke oder Kühlschmierstoffe. Wir könnten beobachten, wie wir sie mischen, liebevoll in Fässer füllen, verschließen, verpacken und lagern. Wir würden unsere 650 Mitarbeiter aus über 25 Ländern vorstellen, durch die wir das geworden sind, was wir sind. Ein führender Anbieter hochwertiger Industrieschmierstoffe. Und das nicht nur durch Erfahrung, sondern auch durch unseren Blick in die Zukunft. Wir bieten maßgeschneiderte und innovative Produktentwicklungen für jegliche Herausforderungen. In über 80 Ländern. Aber das wissen Sie sicher bereits. Deswegen zeigen wir Ihnen lieber, in welchen anspruchsvollen Anwendungen unsere Schmierstoffe zum Einsatz kommen. Schmierstoffe waren schon immer das, was wir wirklich gut können. Bechem Lubrication Technology